Hey lieben und willkommen endlich mal wieder zu einem kleinen Vlog. Heute dachte ich mir, ich mache mal ein Video darüber, wie ich mir das Ganze wünschen würde, wenn man eine KI entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt, es gibt viele, viele Dinge, die man momentan als KI realisiert und dann hat man das quasi getan und hat so ein kleines Proof of Concept, dass das auch wirklich funktioniert. Und ja, das ist meiner Meinung nach ein bisschen der falsche Ansatz. Denn man schreibt, also man entwickelt seine KI als, naja, teilweise Open Source, teilweise Closed Source. Aber selbst die Open Source KIs, und ja, ich bin gerade dabei, ein News Video für eine KI zu machen und deswegen verzweifle ich da tatsächlich gerade auch an genau diesem Thema. Die Open Source KIs sind teilweise so schwierig, überhaupt erstmal instand zu setzen, dass sie funktionieren, dass sie einfach quasi nicht nutzbar sind. Ihr könnt die Ergebnisse nicht reproduzieren und wenn ihr es schafft, das Ding zum Laufen zu kriegen, dann habt ihr meistens deutlich schlechtere Ergebnisse als genau die ausgesuchten KI-Beispiele, die wunderbar funktionieren. Und für mich ist das zum Großteil einfach mittlerweile echt so, wir müssen Paper auf den Markt bringen, wir müssen möglichst viel, möglichst schnell zeigen. Seht her, wir können das alles mit KI und am Ende passiert einfach gar nichts, was wirklich funktioniert. Und deswegen hier mein Vorschlag, wie KI-Entwicklung eigentlich ab sofort aussehen sollte. Klar, dass das jetzt nicht passieren wird, aber vielleicht denkt der ein oder andere, wenn er gerade in seiner Forschung steckt, vielleicht an mich und überlegt sich dann auch, sowas zu machen. Und zwar, wie wäre es denn, wenn man eine KI nicht einfach nur trainiert, also ich meine, klar, man muss sie erstellen, ja, man muss sie trainieren, man muss sie validieren, man muss testen, wie gut sind diese KIs auf den ganzen Daten. Und dann geht es aber noch einen Schritt weiter. Wie wäre es, wenn man dann die KI auch noch deployen muss? Das heißt, man muss wirklich einen kleinen Server zur Verfügung stellen, wo man einfach zum Beispiel ein Bild hochladen kann und dann kommt da automatisch, kommt das zurück, was man braucht. Einfach eine API mit einem absolut minimalistischen Frontend, dass jeder Noob diese KI auch benutzen kann, dass da auch wirklich einfach nur über JavaScript hier Bild hochladen steht und dann kommt da einfach das Ergebnis Katze oder Hund, in dem das Backend das ganz kurz gemacht hat. Klar, das kostet ein bisschen was, aber ganz ehrlich, wenn der Server halt ausgeht, ja, also wenn zu viel Last auf diesen Server kommt, dann kann man da immer noch Werbung reinschalten, dann verdient man sogar was mit dieser KI. Und ja, ich weiß, Werbung ist nicht so geil, aber so hätte man wirklich die Möglichkeit, jede KI, die entwickelt wird, vernünftig zu testen. Ich meine, wie lange kennt ihr schon Deepfakes? Mal ehrlich, wie lange ist euch Deepfakes schon ein Begriff? Deepfakes kenne ich jetzt schon seit mindestens eineinhalb Jahren, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde schätzen, eineinhalb bis zwei Jahre ist mir dieser Name ein Begriff. Ich habe damals schon probiert, Deepfakes irgendwie zu verwenden, um irgendwelche Gesichter zu animieren, ja, dass ich quasi mein eigenes Gesicht machen kann. Und jetzt erst ist es möglich, dass ich das machen kann. Und selbst das ist nicht ohne Probleme machbar. Selbst das hat Schwierigkeiten. Selbst da gibt es wirklich große Probleme. Und ich kann nicht einfach hergehen und ein Bild und ein Video hochladen, sondern ich muss immer noch meine Python-Variablen alle richtig setzen, irgendwelche Behinderten-Libraries installieren, die dann auch wieder irgendwelche Dependencies haben, die mir das ganze System kaputt machen. Oder ich muss, wie ich dann in dem Video auch zeigen werde, das Ganze irgendwie anders regeln. Und ja, da gibt es einfach wirklich einen großen, großen Problembatzen einfach, der nicht gerade userfreundlich ist. Und deswegen hat man da auch so viele gekünstelte Beispiele dran, weil man kann es ja eh nicht nachvollziehen. Ich hatte schon so viele Machine Learning News Videos in der Pipeline, die ich machen wollte, aufgenommen, beziehungsweise aufnehmen wollte, getestet habe, wie das ganze Ding funktioniert. Und plötzlich merke ich, ja, funktioniert nicht. Funktioniert nur auf genau den Daten, die in der Beschreibung angegeben sind. Alles andere lässt sich nicht erstellen oder nicht testen. Und das ist wirklich tragisch, meiner Meinung nach, denn das ist überhaupt nicht der Sinn von Forschung. Der Sinn von Forschung ist, dass ich am Ende auch wirklich was habe, was ich verwenden kann. Wie wäre es also, wenn man statt diesem unglaublichen Paper-Zwang auch einfach mal hergeht und sagt, wie es eigentlich wirklich funktioniert und wie man das Ganze auch nutzen kann, sodass es wirklich jeder auf der ganzen Welt einfach benutzen kann, mit einer sinnvollen API und einem minimalistischen Frontend. Ja, ich weiß, vielleicht trifft das hier nicht unbedingt die richtige Zielgruppe, aber vielleicht ist auch der ein oder andere von euch tatsächlich in der Forschung drin. Und das muss man ja jetzt nicht unbedingt nur auf Machine Learning beziehen, sondern kann das eigentlich auf alles beziehen. Das war einfach nur mal so meine Auskotzerei, die ich da quasi angesammelt hatte über die ganzen letzten Videos. Denn ich habe jetzt schon mindestens fünf Stück, wollte ich aufnehmen, habe ich ein paar Stunden rumprobiert, das dann nicht funktioniert und das ist schon sehr frustrierend, muss ich sagen. Ja, und ich habe das auch schon von anderen gehört, dass es in der Paper-Schreiberei da ein bisschen wild hergeht und nicht ganz so ohne ist, dass man da wirklich Druck hat und sehr viel schreiben muss. Und das ist nicht unbedingt sinnvoll in meinen Augen. Gut. Ja, das war es von meiner Seite. So wäre auf jeden Fall direkt verifizierbar, wer gute Paper schreibt und wer nicht und wessen Paper eigentlich überhaupt funktionieren und wessen überhaupt nicht. Ja, alles klar, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Ich habe keine Ahnung, ob euch auch so ein Video gefällt. Und ja, ich denke, ihr könnt mir Feedback geben. Okay, dann macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.